Ist die nicht bald verbrannt? Quatsch, Eis schmilzt nicht so schnell. Du kommst ja gleich zum Mittagessen, oder? Was? Ich hab überhaupt gar keinen Bock mehr auf deine konsequente Unzuverlässigkeit. Wie viel davon wär pro und wie viel wär kontra? So. Sieht dein Seffa heute aus? Nein. Überrasch sie doch mal. Ne. Doch, ganz schlimme Sache. Sie hat vorhin sogar geweint. Wenn du nicht weiter weißt, frag die Serie. Ein Jahr, ein Jahr lang. Willst du mich heiraten? Also, wenn er es ernst meint? Das ist ein Klassiker. Klassiker gehen immer.